Das mit der World Map, das ist so ein bisschen verwirrend. Ah ja, jetzt ist das freigeschaltet. One Moment, Desert Town. Speichern wir das mal ab. Was? Ein Fufi? Ein Fufi wurde eingebaut. Fufi. Fufi. Hey. Was zum... Ich kann mich auf Fufi stellen? Das sind zwei Fufis. Wieso kann ich mich auf Fufis stellen? Dass ich mich auf Häuser stellen kann, ist klar. Aber warum Fufis? Oh. Da ist Besuch. Schießt das? Ja, vermute ich auf dem Hard Mode. Okay, hier darf man nicht springen. Außer hier. Ja, springt doch ruhig. Ah, 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 ah. Ähm. Yo. Muss man hier immer so vor den Kopf gestoßen werden? Mit jedem drum und dran? Teig ist schon Nahrung. Yo. Teig ist schon Nahrung. Mehr brauchst du nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Müssen muss er... Ist das schon wieder so ein Constant Poop Part? Offensichtlich. Ach. Poop Creators. Ja, komm. So. Ruhe da. Die Fufis, die Blocken. Die Fufis, die Blocken. Die Schüsse. Was? Was? Okay. Ach, das ist gemein. Wenn du dann wieder auf der... Was? Was schießt hier? Was? Was? Egal. Ich gehe nach oben. Aber Moment mal, wenn das hier so gefährlich ist. Ah, okay. Ich dachte da... Dass das... Was? Dass es da irgendwas geben müsste, wenn das so gefährlich ist da. Wenn das jetzt runterfallen würde, ne? Ich würde das Spiel aus dem Fenster schmeißen. Okidoki. Ok, ich speichere hier mal ab. Das ist... Nicht mehr mit Disketten. Ich müsste meinen ganzen Pizzer ausschmeißen. Ich, ähm... Hm. Hm. Ok. Geklappt. Constant Poop? Nein. Temporär Poop. Ich weiß nicht. Ich gehe mal trotzdem mal kurz mal nach links. Ok. Hier ist mal gar nichts. Außer es sind irgendwelche Plattformen oder... Ich, ich sage es, ne? How am I supposed to know? How am I supposed to know? Und was nun? Hä? Was? Yo. Wo bin ich hier? Yo. Ok. Alles gut. Ich habe es überlebt. Hier ist mal gar nichts. Ist ein bisschen leer, das Level, finde ich. Waaah! Sagte sie. Ah, 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 ah. Was steht dich hier denn schon wieder? Ah, 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 ah. Am. Was soll denn das hier sein? I have no idea. Ich habe da was gesehen. Und was nun? Was ist das? Das Exit ist high up in the air. Nein. Okay, gibt es hier wieder irgendwelche sekrete Plattformen, die ich gerade irgendwie nicht sehe? I'm blind. Habe ich irgendwas verpasst? Irgendeinen Schalter nicht getätigt? Ich habe Angst. Sind das so Momente, wo ich mir einfach nur denke, eigentlich denke ich gar nicht. Hat sie gesagt. Yo. Okay. Alles gut. Und dann. Und dann. Und dann. Toll. Ich kann mich hier sterben. Oder? Ja, ich kann mich hier fast sterbigen lassen, um diesen Punkt hier zu bekommen. Nein, danke. Geht das? Hm. Was? Vor Jahren hatte ich die mal gespielt, die Level. Vor Jahren? Das ist doch, glaube ich, nicht so alt, das Level, oder? Also, der Mod. Und dann. Ich guck mal. Also, ich sehe hier keine Plattform. Ich sehe hier gar nichts. Ich. Pff. Okay. Einfach mal schießen. Wenn man es kann. Hier ist ein Key. Hier ist ein Key. Schießen. Schießen. Oh. Okay. 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 Der ist auch sicherlich nicht so alt, der Mod. Aber, ja. Aber wenn du vor Jahren sagst, dann denke ich mir, ja, vor zehn Jahren, als wir alle noch Dinosaurier waren. Da. Das war Januar 2021. Ja, na siehste. Du hast geströmt. Was ist denn hier los? Oh, hier ist eine Plattform. Ja, und was nun? Vermutlich wieder ein Sekret oder so, weil anders kann man sich das nicht ausmalen. Okay, doch. Muss doch irgendwie anders gehen. Warum? Was habe ich denn in einem roten... Okay. Hey. Kaufmännisch. Was bringt uns diese Plattform denn? Also, für irgendwas muss die doch da sein. Ja, dass man hier raufkommt. Wozu? Hier geht es nicht lang. Hier auch nicht. Wozu ist die da? Verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht. I don't understand. Yo, okay. Vielleicht muss man ja hier zurück. Das kleine Stück da. Auch nicht. Ich... Ah, 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 ah. Zwei, drei. Und was nun? Was bringt mir das? Eins, zwei, drei. acaba das. Wollt ihr mal gut? Ich weiß gerade nicht. Das Einzige, was mir noch einfallen würde, wäre irgendwie hier so durch das Secret zu kommen. Bin ich jetzt komplett bekloppt? Ja bin ich, okay. Hallo, Quack-Sneck. Co to se to hraje za moda? What are you trying to say? What was that? Moment. Wenn das hier so war, das Commander Kein for Ultimate Edition, we are, um, we finally found out how to enter those secret levels. And this is what one of them looks like. this shit, okay. Ah. Yeah, but I'm still playing it anyways, because I can, obviously. I mean, what was that level what we played? Cave of Coolness? That was actually okay on my end. But, this here is a little bit more complicated. I don't, I don't, I cannot remember where we had the red slot. And I feel kind of dumb right now. Because I cannot remember. where is the platform? Oh, now I understand for what the switch actually was. That was for the platform. Yo, okay, I understand. Because I thought that was for a door. A door? A door? A door? A door? I don't get it. See, there's a platform here. A hidden platform. What is this for? I don't understand. Here or what? Here should be something. Yeah, here was the red one. But for what the red one, I, 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 Wait. I think I know where I have to pull it in. At one of the very first houses? I guess. No, wait. There was this cloud thingy happening. I don't, I don't understand. One, two, three. I am so fast like my knee. What? I, I don't get it. I absolutely don't get it. How come Flea streams so often? It's, I think you realize that speed running makes fun and that's just the main message. Oh my god. Can please somebody tell me what that, what I have to do? I, I, I completely, I don't know. He has just time to do it. Yeah, because his school doesn't have teachers or something like that. They stopped working. I don't understand. Seriously, why is there this platform? What is this for? To get here and what do I have from that? what do I have to do? Can someone tell me what I have to do? I'm going to do this for a while. Streaming is fun. as long as you understand what you, what you're doing. So, completely opposite what I'm doing right now. Yeah, try to find the red, the yellow key. Yeah, very interesting. Man from Shika. And there's also this switch here, but how do I get there? As long as you don't have to eat the hot pepper, yeah. Where is the yellow key? But what do I do here? here is also nothing and I and also I cannot jump and you what the freak is this? Hmm. Is it really about backtracking like very very far away? is that the whole point of that? the whole point of that? yeah, and what is here? I mean, what is this? Yeah, what is here? well, if you don't know where to go, you just start the level like from the very, very, very beginning and see where the freaking red slot was where the floor here nine ultra poop here, no I don't know, but they can block shoot shots, but you can also stand on them, so it's it's some really weird oh my god it's just confusing I don't know, I mean, I also cannot explain what is actually happening it's just confusing and psychotic yes in a way see, I'm on the top and what now no and if I'm on the top what now okay, that's new that's kinda new yo what is that for a platform if there is an insta I mean not insta but that no 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 okay alles goot we can save again on fuffy foofy that's what I say when I see a dog on the street so there we go what pilsen bottlen i thought czechish beer would be the best quaxner and now you want some pilsen okay let's save here that's czechish who eats x-rex why do you read it? okay i read it yeah are they happy? Glücklich. Ui, johu! There is the Mopträger! There you are! You're the last one, fella. Let's both get back to the Oracle Chamber. But who are you? So? I am the boss of the High Council and I am responsible for maintaining the Oracle. Changing battery and not least repairing the entire device as well. Luckily the Shikari didn't manage to take my tool. That's why the device has fully been fixed in due time. Although I'm not really sure that I put a good battery in it. I say it's high time to return to the Oracle Chamber now. A few minutes later. Wow, this is really impressive. What? Well, this is a really impressing way to activate this monolith of ancient wisdom. Everyone be silent. The Oracle is about to speak. Maybe it's got a dead battery or something. The Shikari are a race of shadow beings from the far side of the galaxy. They are building an Armageddon machine and are planning to blow up the galaxy with it. Then rebuild it to suit their needs. They live in the third planet of the Korath system. Which is 71,000 light years from Gnosticus 4. The Armageddon machine is almost complete. And this is what they look like. Oh my god, he sees Shikari! This Shikari is a toast. Thanks for the scoop, Oracle. I'm outta here. I hope it doesn't rain on my folks. Meanwhile, back on Earth. To be continued. So, this was it. This was Commander Keen 4 Ultimate Edition. Xrek. Well, you could see and feel the difference that those levels do not belong into this mod. But I do appreciate the effort that the modder put into this. Some levels have been interesting. And some others have been interesting as well. But I would have expected more. Let's just say it in a diplomatic way like this. And I hope there will be more to see. Let's go ahead and see.